Hallo meine Fruppels, Freunde und Kumpels, wie geht's dir stets? Shipman247 ist wieder da, also schon seit zwei Tagen wieder da und das werde ich jetzt in diesem Video mal spielen, weil ich da übelst drauf Bock habe, weil Shipman einfach die beste Map überhaupt ist. Also ich feiere die auf jeden Fall übelst krass. Und ja, bevor das dann hier losgeht, würde ich mich dann tatsächlich auch noch über ein Abo freuen und ja, dann schauen wir mal, ob ich irgendwas hinbekomme. Da habe ich den ersten. Wow, den habe ich richtig nice. Kommt da noch mehr? Was man aber leider sagen muss, was die wirklich richtig verschissen haben hier in diesem Shipman. Oh, ist das Aim, was ich habe? Ne, was die aber richtig hier verkackt haben in diesem Shipman, also in dieser Shipman-Version, sind auf jeden Fall die Spawns. Ich frage mich echt, was da schiefgegangen ist, beziehungsweise wie das passieren könnte, aber manchmal spawnt man ja auf den Gegnern, hinter den Gegnern, überall sind Gegner, Alter, das ist echt ein bisschen übertrieben. Weil ich meine, die Map wurde jetzt hier auch nicht neu erfunden und man hätte ja eigentlich auch einfach nur die Spawns übernehmen müssen, denke ich, aber... Ach, wer bin ich schon, dass ich das beurteilen darf? Hier ist auf jeden Fall ganz schön was los, Alter. Da ist auch wieder ein Gegner gewesen, habe ich gar nicht gesehen. Zwei. Überall Granaten. Komm raus. Mann, ey, die wollen heute nicht. Den habe ich. Nice. Oh, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Ganz ruhig bleiben. Oh, jetzt muss ich nachladen. Och, Mann, nein, Mann. Nice. Den habe ich auch. Oh, wo sind die? Ach, ihr Scheiße, Alter. Mann, was will man hier tun mit Samtex überall? Übertreiben hier komplett ihre Rolle. Nice. Ich liebe es trotzdem, Leute. Hitmarker. Also, komm her. Ich habe gar kein Messer. Oh Gott. Oh nein. Was war denn das jetzt für Fail? Ich wollte ihn eigentlich messern, aber ich hatte dann doch gar kein Messer dabei. Kommt davon, wenn man die Klassen so unterschiedlich macht. Mann. Mann. Sag ich ja, bestes Spawns, Alter. Das ist echt komisch. Oh, Mann. Komm raus. Ich lebe noch. Aber wer weiß die lange? Nice. Den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich. Komm. Der ist doch hier, oder nicht? Ja, genau da, Alter. Verpiss dich, Mann. Eigentlich hatte ich gestern meine Streaks gewechselt, aber das ist jetzt irgendwie nicht gespeichert worden. Scheint wohl wieder ein neuer Bug zu sein. Perfekt, Alter. Nur mit Messer getroffen. Ah, es macht trotzdem... Es macht einfach nur noch Spaß, Alter. Also, Shipment ist einfach so cool. Ich hoffe ja so... So sehr darauf, dass in Zukunft noch... Noch bessere und mehr Karten kommen, so... Die man sich auch geben kann. Weil... Eigentlich... Neben dem ganzen Rumgeheule, was ich immer hatte... Eigentlich ist das Spiel wirklich gut. Habe ich... Oh... Hin und her, hin und her, hin und her, Alter. Kill. Manchmal verstehe ich das einfach nicht mit den Hitmarkern. Ich verstehe es wirklich manchmal nicht. Hat dann irgendwie was... Manchmal glaube ich, das hat irgendwas mit Connection zu tun. Und wenn die Gegner zu schlechtes Internet haben, irgendwie... Dass sie dann nicht sterben, habe ich manchmal das Gefühl. Ah, ist egal. Machen wir hier noch fix den Laser ab. Weil irgendwie finde ich das nicht so geil. Es ist zwar einerseits nicht schlecht... Dass der Laser die Waffe schneller macht. Also beim Anvisieren. Aber es ist kacke gesehen zu werden. Da bin ich lieber einen kleinen Tick langsamer... Als dass die mich ständig sehen. Uh, der war aber knapp. War... Sah scheiße aus. Aber... Okay. Man, ich hätte lieber die Fresse halten sollen. Sah scheiße aus, aber trotzdem knapp. So, weg mit dir, du auch schlau. Ein Kill. Nein. Nein. Ah, fuck. Habe ich. Mann, ich hasse diese Hitmarker. Jetzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich die hasse. Als ob der da nicht rauskommt. Er kämpft nicht auf Shipment, Alter. Lass es einfach. Oh, ich habe es überlebt. Leute, wie das denn? Den habe ich. Habe ich. Alter, als ob ich immer noch lebe. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich jetzt schon habe. Wahrscheinlich nicht so viele, wie es sich anfühlt. Aber ich überlebe schon ganz schön lange gerade. Nein, ey. Und ich schieße so dumm daneben. Mir ist egal. Ich habe hier keine höheren Streaks. Also es ist lange überleben eh sinnlos. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber sterben ist mir langsam echt egal in dem Spiel. Also die Anzahl an Tode, wenn man jetzt gerade irgendwas kurz davor ist, was zu schaffen soll. Dann Feed oder so. Dann ist es mir nicht egal. Aber so die Anzahl und KD ist mir komplett egal. Habe zum aktuellen Zeitpunkt gerade gar keinen Plan, wo die alle sind, Alter. Ach da. Nein. Ach, Hitmarker, Mann. Habe ich. Habe ich. Er liegt da. Oh. Lol, Collateral. Und keine Gegner mehr. Schade. Dreifachabschuss? Habe ich gerade drei geh... Hä, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ach, das war... Ich habe einen geholt und dann Collateral. Lol. Das habe ich gerade gar nicht mitgeschnitten, muss ich ehrlich mal sagen. Okay. Weg da. Hör auf zu campen. Auf Shipment campen ist richtig erbärmlich, Alter. Oh, nice. Den habe ich. War gerade kurz auf K. Musst mal kurz die Tür zumachen. Nice. Ah, die Granate mal. Okay, das war's. Ich wollte gerade mal ein bisschen ruhiger bleiben so. Und nicht gleich ausrasten. Um mal was zu reißen, aber es kommen leider keine Gegner mehr. Ich bin Highlight. Wie cool. Da, das war der Triple Kill, den ich nicht gerallt habe. So, letzte Runde erstmal für dieses Video. Scheiß Shotgunner, Alter. Wow. Ah ja, Stellung auf Shipment. Da sind die Perks richtig kaputt. Äh, die Perks. Die Spawns richtig kaputt, wollte ich sagen. Und diese Drex-Hitmarker, ey. Ich könnte ein Lied von singen. Ja. Von Brandgranaten hoch. Habe ich. Oh, ich verbrenne. Nein. Mann. Spawns sind echt der Wahnsinn, wirklich. Einer. Zwei. Drei. Zornabschluss waren doch vier. Ist Bock, trotzdem. Also, trotzdem ist es einfach nur geil, Alter. Ich hasse mich manchmal so sehr, ne. Oh, Collateral. Und daraus müsste man jetzt sowas machen. Ey, aber... Habe ich. Ja, krass, Alter. Hier ist auf jeden Fall echt viel los. Ich glaube, das konnte ich jetzt auch deutlich rüberbringen, dass hier ganz schön viel los ist. Aber das wisst wahrscheinlich eh jeder, der dieses Spiel spielt. War auf jeden Fall geil oder wird auch in Zukunft geil bleiben. Shipment macht echt Spaß. Und dann würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Wir hören uns auf den nächsten Videos wieder, Leute. Und tschüss.